Es ist ein schöner Tag heute. Das Wetter meint es gut mit uns. Stimmt, aber es wird bald regnen. Regnen? Unmöglich. Der Himmel ist völlig wolkenlos. Es wird nicht regnen. Doch, das Wetter ist hier unbeständig. Der Wetterbericht meldet, es wird heute Nacht ein Gewitter geben. Nein, sowas! Und die Temperaturen werden von 25 Grad auf 10 Grad fallen. Der Frühling wird bald vorbei sein. Leider ja. Mir gefällt der Frühling hier sehr gut. Es ist immer angenehm, kühl und wir haben den ganzen Tag blauen Himmel. Wie geht es bei der Hitze im Sommer? Mir macht das nichts aus. Ich bin schon daran gewöhnt. Ich bin schon wieder in der Zeit. Ich habe immer noch ein bisschen Angst, was ich da? Ich habe mich gerade wieder zu Hause gesehen. Es ist halt so schön, dass ich das gar nicht mehr rauskriege. Es ist ein bisschen topsäус. Ich war wohl genau, dass ich gerade meinstig in der Vahrung-Märkung das Ganze ansonsten konnte. Dann habe ich den Vahrung-Märkung. Ich habe mich gerade mit dem Vahrung-Märkung. Ich habe gerade noch ein paar Einmerkungen. Das ist. Das Wetter meint es gut mir uns. Eizhi,天空作美,天气很好. Das Wetter meint es gut mir uns. Zazeli, es, scherzzowei, üfa bingü, scherponne schenlöde. An etwas gewöhnt sein. An etwas gewöhnt sein. Xiguan ümau shi, 相当于 sich an etwas gewöhnen. Sich an etwas gewöhnen. Es regnet es regnet 下雨了. Hieri es 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 zzo Lei hihi f своих rengnen šhi heen Phan во , sieg человека her Zeltius Grad Wenn wir auf einmal um die aus 15 Grad um 5 Grad von 15 Grad um 5 Grad Einwann von 15 Grad also um die also um diese von 5 Grad auf 15 Grad von 5 Grad auf 15 Grad steigen 从5度升高至15度 从5度升高至15度 从5度升高至10度 那就是至15度的意思 那么本节我们将围绕天气的词汇 和对天气的询问进行教学 下面我會教大家和天氣有關的詞彙 Das Wetter Das Wetter 天氣 例句 Das Wetter ist schön Das Wetter ist schön 天氣很好 其中天氣會用 It is warm It is quite 天氣很暖和 天氣很冷 Das Klima Das Klima 指的是氣候 那麼 Klima和 Wetter的區別就是 Klima 指的是較長時間內的一個氣候 那麼 Wetter 指的是短時間內的天氣 Klima 相關的詞還有 Klima Anlage Klima Anlage 空調 溫暖的 溫暖的 涼、涼、涼、涼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、爼、 Donner,雷, das Eis, das Eis, bing, feucht, feucht,潮湿, das Gewitter, das Gewitter,暴风雨, der Grad, der Grad, du, die Hitze, die Hitze,眼热的天, kalt, kalt,冷, die Luft, die Luft,空气, der Mond, der Mond,月亮, nass, nass,湿, der Nebel, der Nebel, der Regen, der Regen,雨,那么彩虹叫做 Regenbogen, Regenbogen,跟那个英语的 Rainbow其实是对应的, Rain就是 Regen, Bogen就是 Bow, 那么下语叫做 Regen, Regen,下语, der Schnee, der Schnee,雪, Schnee, Schnee,下雪了, die Sonne, die Sonne, die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Sonne scheint, die Sonne scheint,阳光照耀, die Erde, die Erde,地球, der Sonnenaufgang, der Sonnenaufgang, der Sonnenaufgang, der Sonnenaufgang, Sonne就是 Gallen,太阳,那么 Aufgang, 就是 Sonnenaufgang,就是日出的意思, der Sonnenaufgang, 那么日落叫做, der Sonnenuntergang, der Sonnenuntergang,日落, Der Stern, der Stern, der Stern, der Ster, der Sturm, der Sturm, Temperatur Die Temperatur Die Temperatur Die Temperatur Die Temperatur Minus 3 Grad Celsius Minus 3 Grad Celsius Minus 3 Grad Celsius 只是 0-3 攝氏度 Die Tropen Die Tropen Die Tropen 热带 那么 Trocken Trocken 干旱的 刚刚我们说的这个 Nass 就是干旱的反义词 Trocken 干旱的 Der Wind Der Wind 风 Na Siegfried Wie fandest du das Wetter heute? Hmm Wie immer Ich machte die Tür auf und da war es 这个其实是一个笑话 那么 Na Siegfried Wie fandest du das Wetter heute? 其实是一个有奇异的句子 它可以这么理解 第一种呢 就是 弗力德 你觉得今天的天气怎么样? 弗力德 但是弗力德实际上 他是这么理解的 弗力德 你怎样找到今天的天气的? 就是 他理解错了 那么 弗力德就这么回了 和平常一样 我打开门 就找到了 就看见了 这是一个德语 本笑话 主要的笑点呢 在词汇 分等 分等呢 有两个意思 一个是觉得 另一个就是寻找 由于分等是个多语动词 所以德语中 对天气的询问 字面意义上 可以说是 成怎样寻找天气 不过大家不要犯这样的错误哦 下面呢 我将教大家 对天气进行询问 以及回答 首先是进行询问 今天天气准备 今天天气气准备 Was für Wetter haben wir morgen? 明天天氣會怎麼樣? Wie wird das Wetter morgen? 明天天氣會怎麼樣? Ist es mau? Ist es kalt? Oder ist es kühl? Wie wird es heiß? Oder ist es warm? Oder ist es kühl? Ist es warm? Ist es kalt? Oder ist es kühl? Wie viel Grad sind es? Wie viel Grad sind es? Wie viel Grad sind es? Scheint die Sonne? Scheint die Sonne? Wo ist mein Regenschirm? Wo ist mein Regenschirm? Regenschirm就是傘 ichnold ist es an Regenschirm? Brauche ich ein Regenschirm? Brauche ich ein Regenschirm? Brauche ich ein Regenschirm? 我需要一把 Sand Lena? Schau 노력es ein regenschirmm? It's Donut, It's Schneid, It's Huggard, It's Huggard, Huggard Huggard 刚刚没有说, Huggard 就是冰雹,会下冰雹 回答天气怎么样,也可以用 S 加上形容词进行回答 Es ist schön, es ist bewölkt, es ist heiß, es ist kalt, es ist windig, es ist schwül, es ist sehr angenehm, es ist sehr angenehm,天气一人 Es ist sehr schwül,代表天气很闷热 那么, es ist sehr kül,就是天气很凉爽 Es ist sehr kül 当然还有些更多的表达, andere Ausdrücke 例如, So ein Sauwetter So ein Sauwetter 就是,什么鬼天气的意思 Sau其实是母猪的意思 那么,什么鬼天气也可以用什么狗天气 So ein Hundewetter So ein Hundewetter 什么狗天气,什么鬼天气 就是 Sauwetter 就是 Sauwetter和 Hundewetter 那么,下着轻盆大雨也可以说 Es gießt in strömen Es gießt in strömen 下面教大家用 Dativ的格式 来形容自己感到冷或者热 用 Mier加 ist Mier ist 例如 Mier ist kalt Mier ist kalt Ist es dir zu heiß Ist es dir zu heiß Mier ist heiß 是不是太热了 对你来说 作为Dartive phrases 尽管在英语我们可以说 I'm hot, I'm cold 但是德语不可以 如果你想用德语表达 你感到很冷 你觉得很热 那么就要用一个像 dir和 Mier 就是刚刚我们用的Dartive pronoun 不可以说 Ich bin kalt Ich bin heiß 而是 Mier ist kalt Mier ist heiß Chegoyomfa Übers Wetter spricht jeder Egal ob übers Unwetter Sauwetter Hundewetter Schlagwetter Kaiserwetter oder Bombenwetter Ein Donnerwetter verzieht sich wie ein Gewitter meist relativ schnell Donnerwetter Alle reden vom Wetter Wir nicht Mit diesem Werbespruch wollte die Deutsche Bahn den Bundesbürgern vor vielen Jahren weismachen Das Wetter wäre kein Thema für sie Das war einmal Wer viel mit der Eisenbahn fährt weiß, dass bei den ersten Schneeflocken zwar die Züge noch waren aber meistens unpünktlich Bei hochsommerlicher Hitze fallen schon mal die Klimaanlagen aus und wenn gar der Blitz in die Oberleitung schlägt, bleiben auch die modernsten Züge stehen Aber bleiben wir zunächst mal bei der allgemeinen Bedeutung unseres Stichworts Wetter So heißt es im Lexikon Lexikon zu dir Ein Zustand der Atmosphäre Er tritt unter allem als Sonnenschein, Bewölkung, Regen, Wind, Hitze oder Kälte in Erscheinung Das Wetter kann sich manchmal sehr schnell ändern Mancher Wetterwechsel kommt so plötzlich dass man kaum Zeit hat sich in Sicherheit zu bringen Bei einem Gewitter zum Beispiel Dieses kündet sich entweder durch Wetterleuchten an oder durch den Himmel durch zuckende Blitze und Donnergrollen Unwetter? Ein Wetter, das keines ist Denn das Präfix Un Cianzhi Bedeutet in der Regel ja eine Vereinigung des Begriffs, mit dem es verbunden ist Im Prinzip bestimmt das Ein Unwetter ist eine sehr schlimme Wettererscheinung Wer bei einem Gewitter nicht gerne das Haus verlässt sollte es bei einem Unwetter erst recht nicht Unwetterzentralen in Deutschland warnen gerade vor da zum Beispiel Stürme, Hageln, Schneefall, Gewitter oder Eisregen lebensbedrohlich werden können Fünf Farbstufen für Unwetterwarnung gibt es Und Violette ist die höchste Die Ich bin Ich bin Das Wetter Ich bin schlecht Ich bin Ich bin Der Blitz,闪电, der Donner,雷, das Eis,冰, feucht,潮湿, das Gewitter,暴风雨, der Grad,度, die Hitze,炎热, kalt,冷, die Luft,空气, der Mond,月亮, nass,湿, der Nebel,雨, der Regen,雨, regnen,下雨了, der Schnee,雪, schneien,下雪了, die Sonne,太阳, scheinen,照耀, die Erde,地球, der Mond,月亮, der Sonnenaufgang,日出, der Sonnenuntergang,日落, der Stern,星星, der Sturm,暴风, der Typhoon, die Temperatur,气温, die Tropen,热带, trocken, 乾旱的 Der Wind,风 词外对于天气的询问有这么几种表达 Wie ist das Wetter heute? Was ist für Wetter? Es ist warm, es ist kalt, es ist kühl Wie viel Grad sind es? 回来天气怎么样可以用两种基本句式 也就是 es加上动词 以及 es加上形容词 看要为了记得带伞 还是要看天气预报 才行啊 下一节 我们看看明天的天气 和下周的天气 会怎么样吧 有点仅 göre zinc 非常感谢 giveaway 它来 affection 值得 阮 市后 美 木